Du könntest so hinter mir kurz, weil da... Hey, dieser geht doch! So eins... Ja komm, hier links, da ist noch ein Tee-Platz. Zwei... So, hi meine Lieben, ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen, zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich Besuch und sah von den netten... Ja, Münich muss es wollen! Und zwar möchten wir zusammen die Ja-Nein-Em-Vielleicht-Challenge drehen. Also man darf nicht Ja sagen, man darf nicht Nein sagen, Em darf auch nicht erwähnt werden, vielleicht... Genau, ich glaube ich habe alles. Und wir fangen direkt mal an. Wer möchte anfangen? Annik. Sieht man dich? Sieht man dich? Ja, das will ich ja nicht. Das läuft, gell? Also... Kein Problem! Ich muss es auch schnell! Okay, ich bin bereit! Geht's dir gut? Gut! Hat das Essen geschmeckt? Sehr gut! Was?! Sieht man dich gut? Sehr kalt draußen! Wie war nochmal dein Name? Annik! Mit meinem Namen heißt man Abdel Annik Issa, stimmt das? Richtig! Richtig! Und richtig ist sehr, sehr gut! Wie heißt es und hat Zeitnamen? Ich habe keinen Zeitnamen! B****! 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 Sehr sicher! Wie lange bist du schon mit Marcel zusammen? Fünf ein halb Jahre! Wie lange schaffst du das? Für immer! Für immer! Für immer! Für immer! B****! Ja! Er hat die einfach gemacht! Der weiße Satze! B****! Geht's dir gut? Sehr gut! Sollen wir anfangen? Leg los! Wie viele Frauen hast du? Fünf! Dich sechs! Sieben! Was warst du beruflich? Bürokockmann! Taubt ihr? Oh da ist eine Muschkella! Gito! Was hast du zuletzt gegessen? Burger! Was hat es dir geschmeckt? Sehr gut! Mit einer Buchhaltung oder? Du bist eine Buchhaltung oder? Bist du eine Buchhaltung? Mhm! Okay! Nein! 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 Hast du schon mal den Löffel vielleicht gepupst? Natürlich nicht! Sagst du nicht? Nein! Ich habe gesagt! Du bist verheiratet oder? Ich bin nicht! Bist du glücklich? Ja! Seit wann bist du geheiratet? Seit wann bist du geheiratet? Seit wann bist du geheiratet? Den Tag genau? September! Sicher? Den Tag! September! Ja was für ein Tag? Weiß ich nicht mehr! Sicher? Sicher! Hast du schon mal jemanden geküsst der fett war? Nein! Hi Ashtar! Servus! Wie heißt du? Ashtar, und du? Sieht man dich überhaupt da drin? Was? 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 Bist du ready? Er ist ready! Du fangst an! Okay, er ist ready! Was? Wie geht's dir? Fast! Super! Freut mich! Du darfst auch gut sagen! Wie war dein Tag heute? Nice! Okay, wie findest du deine Lehrerin heiß? Ab und zu wahrscheinlich! Du musst aber arbeiten! Nein! Nicht dein Fall! Das ist nicht dein Fall! Was ist gegangen? Hattest du schon mal eine Freundin? Ich hatte schon einmal eine Freundin, ja! Oh! 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 Okay, los geht's! Los geht's! Dann musst du mit doch wieder arbeiten! Ich weiß nicht! Wie du weißt nicht, das muss man doch wissen oder nicht? Weiß ich nicht! Weißt du nicht! Wer weiß es dann? Du? Ich kürze Tagebuch! Überhaupt nicht! Kennst du jemand der Tagebuch führt? Ja! Auch nicht! Deine Freundin führt ZIFT Tagebuch? Auch nicht! Kennst du? Was für eine Freundin eigentlich? Hab ich! Ihr seid verlobt seit wann? Seit 10 Monaten! Hast du schon mal Alkohol getrunken? Dann musst du ehrlich darauf antworten! Jeder weiß es! Du musst schneller antworten! Darfst du nicht sagen! Gute Antwort! Darf ich nicht sagen! Darf ich nicht sagen! Hast du schon mal jemandem gesagt? Auch nicht! Auch nicht! Super! Ja was für Drogen, guck! Überhaupt nicht! Lachen! Lachen! Findest du es gut zu lachen? Sehr gut! Ist gesund! Übertrieben gut! Was hast du gestern gemacht? Gestern war ich feiern! Gestern habt ihr Amirma getroffen, gell? Haben wir! Habt ihr euch vollgetextet? Schon! Was machst du dann im McDonalds? Hab gewartet! Zeitverschwendung, oder? Schon! Überhaupt nicht! Überhaupt nicht! Wieso nicht? Afro wachsen lassen! Gefällt es dir so? Gefällt es dir so? Boah! Das ist so schwer! Du hast uns wachsen lassen! Schau! Wie lang? Solange es geht! Wie Breezy, oder? Er hat kurze Haare! Ne, er hat jetzt lange! Sein heute! Was laber ich du? Hat er! Hat er! Er hat so! Bist du der größte Fan von Chris Brown? Komplett kurz, oder? Der eine Größe! Komplett kurz, oder? Hast du dich schon mal live getroffen? Letztes Jahr! Kennt er dich? 100%! Dürftest du ihm hallo sagen? Ich hab ihn umahnt! Echt? Ich hab ihn geküsst! Hey, gib auf! Ich mach dich mal in der Schule! Ich hab gewonnen! Sag doch! Hab ich ja! Neck! Du darfst, bist du ready? Ready! Okay! Hast du schon mal Ecstasy genommen? I love Ecstasy! Will ich gar nicht! Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Schneller, oder? Im Urlaub? Im Urlaub? Im Urlaub? Im Urlaub? Im Urlaub? Im Urlaub? Hattest du schon mal eine Affäre im Urlaub? Bestimmt! Warst du auch in Barcelona dieses Jahr, oder? In Barcelona? Ja! Warst du hier? In Spanien waren wir hier! In Spanien? Hat sie gefallen? Aufregend war es auf jeden Fall! Warst du mit Latifu? Mit Abdel war ich! Gefällt dir deine Arbeit? Ist Abdel nicht auch gleichzeitig nicht Latifu? Ich nenne immer Abdel! Hast du einen Relaxer gemacht? Relaxer? Ja! Das habe ich gerade gemacht! Hat das Ramana gemacht? Anik hat es gemacht! Wie macht die Chance? Richtig schlecht! Bist du selbstverliebt? Selbstverliebt? Ja! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 3! 1, 2, 3! 1, 3! 1, 3! 1, 3! 1, 4! 1, 3! 1, 3! 1, 3! 1, 4! 2, 3! 1, 3! 2, 4! 1, 4! Wie alt ist er? Der zweite? Sicher. Seine Nachname? Mein Nachname? Nein, sein Nachname. Darf ich dir das sagen? Achso. Hey, wo du es eigentlich hingegangen? Nein. Ist es auf weiß oder auf schwarze? Es spielt keine Rolle, welche Farbe. Sehr gut. Warum? Es ist völlig wirklich egal, welche Farbe. Warum das? Du warst aber nur mit schwarzen zusammen, oder? Ich war auch mit weißen zusammen. Dein Ex war eine schwarze, oder? Die letzte? War Mufi deine letzte Freundin? Sie war meine letzte Freundin. Wow, schon eine lange Zeit her, oder? Es war eine lange Zeit. Wann war das? Es war knapp vor zwei Jahren, ich weiß nicht. Aber ich will jetzt nicht über dieses Thema reden. Du musst damit Thema ändern. Am besten Thema ändern. Wo arbeitest du? Ich arbeite in der Logistik. Gefällst du da? Wie verdienst du? Genug. Sicher? Es passt. Ehrlich? Wirklich. Aber so hobbymäßig ist Fußball, oder? Auf jeden Fall Fußball, genau. Es macht Spaß. Spielst du gut? Angemessen. Wie gut? Angemessen. Wie angemessen? Es ist mir zu erklärt. Es ist mir zu erklärt. Manche sagen ich bin gut, manche sagen ich bin schlecht. Spielst du Verein? Ich habe einen Verein gespielt, momentan nicht. Warum? Ich bin verletzt. Willst du wieder Verein? Demnächst schon. Ja gerne. Ja! Das ist ehrlich gesagt! Ja gerne! Ja gerne! Und tschüss Jerky! Ja gerne! Ja gerne! Ja gerne! Ja gerne! Jetzt hab ich meinen Lieben gefragt. Welche? Darf ich. 다�f ich? WICHE! Ich bin zu hart. Ich hab dich mal lieb gefreut隻. Was ist das? Kannst du dir meinen Lieben feststellen? Darf ich? Ich will doch wissen, Bis zum nächsten Mal.